und Okay, das will ich nicht mitbekommen. Ja, sind wir noch am duschen Und damit Was steht das B? B? Wie? Bunzeteil Oder Busen Busen Boy, I can shake it, shake it So, rein mit dem Smarto-Matico Wir haben was vor und zwar Neben Missione Zwar wollen wir Oder Randala Oder da Punta Punta oder da da Machen wir mal Randala Randala Warten wir mal, gleich haut der wieder Da 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 Und da Wie der Smarto abgeht hier Wuhuuu No one bites Was ist das denn? Der zieht doch echt voll weg Wesser als der Hybrid Ja Äh, wo fährst du hin? Wie der Punkt da Achso Da ist er, da ist er rechts Da läuft er Son of a bitch Son of a bitch Wär lustig gewesen Ich hätt ihn ja erwischt, ne? Ja, wenn du, wenn du gezündet hättest, ne? Ne, der auch nicht Ich will das jetzt mal kurz rausfinden Hm, müssen wir halten oder zurückgeben? Achso Was war's eigentlich für den gestehenden Gegenstand? Was haben die überhaupt vor da? Fährt den anderen da rein Abkuchen und Porsche Ne, ich will mir mal ins Bad fahren Wer hältst du jetzt das Ding, was du gekriegt hast? Was auch immer du gekriegt hast? Ähm, ne, ich geb's den Tussi zurück Waren wir es 500 Dollar, das will ich mir 500 Dollar, Alter Ja, was kriegst du für jeden 10er wahrscheinlich Pfund? Dingens Ja, ist das Fundlohn Finder Du kriegst ja bloß auf billige Lohn Fund Fund Lohn Hat der M Erde gesagt? Was? Das hast du ja gut gemacht haben wir gleich mal wieder miese super wenn gar keine miese machen wenn wir es eigentlich nicht doch wir hätten aber 500 euro gehabt ja was willst du mit 50 oder was die fotze hatte genug knete alter so ist auf den strich gehen man die fotze ich habe ein uber gesehen trevor unten am hafen hat er einen schiff der daisy lee du könntest irgendwann ich verfolge dass irgendwann die taue kappen oder vielleicht ein schalter in der unterteilt er tut da ja genau da ja 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 also links rechts links 100 meter geradeaus fahren in 50 metern rechts abbiegen wenn möglich bitte wenden in 200 metern links halb links abbiegen wenn dann links halten oder in 200 meter halb links hast du nicht verstanden oder was ich bin's navi ich bin das navi ich kann das haben jetzt gerade gemacht in 100 metern links abbiegen das war jetzt voller lustige moment das war ein crash ich habe ein salto gemacht du hast ja natürlich niemals jetzt warte warte wir gucken in die wiederholung und pass auf und ich habe mir doch nicht leider gemacht und du bekommst sie mir weil du schon scheiß nach spielen muss in 200 metern weil wir scheißegal haben sie das ziel erreicht das sind june meter das ziel befindet sich auf der rechten seite du hast du den stern nee der verfolgt nicht dich zwei sterne gleich ja das war's mit der Randale ne ja komm die haben ein auto kaputt gemacht die asozianen ein bisschen zu oft gestimmt was soll denn mit so ne Witz aber ja ich hatte ein Problem ein Scream wenigstens sehr wichtig so jetzt in 150 Metern abbiegen wir verlieren das Fahrzeug mit dem Platten oder? du? das ist kein Platten mehr das ist einfach kein Reifen ja jetzt hast du wieder fast ein Salto gemacht das habe ich gesehen alter mach einen Überschlag hast du dir erzählt oder was? das vorhin war nix siehst du nicht mal GTA erkennst dir an wirst du nicht einfach dein Leben wenden und rechts runter springen nee ok ich hab dich gewarnt oh scheiße wak 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 komm schwingen riebett denkst du es geht? du kannst dich verstecken da? ich muss mich verstecken wenn die mich jetzt erwischen bin ich tot ja aber mehr als das bleib da ja dann sieht mich der Heli der Heli sieht alles du kannst du Glück haben du kannst ja viel viel das sind ne wenn ich nur einer ja alter du hast so Schwein gehabt ne leck mich fett am Arsch ey manche nennen es können welche sind auch ein Schwein ich sage einmal oh Gott das ist wieder so ein Moment ne das hatten wir ja schon ne hab ich dir ja schon erzählt 8 Minuten haben wir verbraten ich hab ein Looping geschafft und hab mich vor dem Bullen versteckt hast du dir schon erzählt? was denn? was mich geil macht was mich geil macht? was mich geil macht? was mich geil macht? was macht dich geil? ich glaub ich krieg den richtigen Ständer ey guck mal was ist aber der ist blau babyblau ja babyblau 아주 und die waren halt immer noch da die waren halt immer noch da jetzt fahrste ome und dann Oh, 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 oh! Guck mal, Asics in mir gezieltert so! Okay, jetzt hast du wieder ein Problem. Ja, kein Chimich-Rapper! I want some ice cream? Oh, nein! Richtig, beende doch dein Leben. Ja, das war jetzt ultra dumm. Das ist unrealistisch, unter Wasser kann man nicht aussteigen! Ja, und Travis schon. Was siehst du hier? Du bist auch ungedeckt entdeckt. Ungedenkt. Ungedenkt. Jetzt bist du wieder... Du hast schon verkackt. Jetzt wissen sie, wo du bist. Ne, glaub ich nicht. Doch, die wissen, wo du bist. Warte, Trevor! Ja, der guckt ja nach, der Penner. Deswegen geh jetzt da hin, da sieht er mich nicht mehr. Ja, da kommt irgendwas Schlimmes. Da kommt Wohr oder was, leck mich doch! Bitte kein Wohr! Scheiße! Naja, unter Wasser ein bisschen los. Ja, aber über Wasser. Oh shit! Haben die gerade geschossen? Ja. Kannst du da raus springen aufs Boot? Ich versuch's. Was war das? Ich weiß nicht. Oh, ich hab ein richtiges Problem, Leute. Scheiß die Wand an. Das ist die Folge, an der gar nichts passiert. Also, ihr könnt echt... Guckt euch die nächste Folge an. Oder die Endcard davor. Nein. Alter, das ist ein Schiff. Ein Wrack. Oh oh. Oh shit! Nein! Ja, weil ich jetzt das Schiff angeguckt hab. Es ging jetzt aber flott, ne? Flotti Karotti. Ich hab auch nie aufgepasst. Feels good. So good. Nimm zwei! Oder? Ne, die hast du vorhin gefressen. Geschmatzt wie der letzte. Ja, die haben gar nicht geploppt. Alter, wie sieht das denn aus? Mann. 1200. Ja, hätten wir mal die 500 Euro gekauft. Hey, Onkel T. Hier ist Chisel. Jimmy D. Der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Voll sauer und so. Ähm. Was hat er mir geschrieben? Die E-Mail. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt jede Menge Gras. Und vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Ja, das klingt cool, du Spasti. Du dicker, fetter Hurensohn, Alter. Dann bleibst du ihn gleich. Du bist gleich in deinem. Ja, weil er ein dicker, fetter Hurensohn ist. Schüsse? Nicht? Nee. Okay. Dann ist er einfach Jimmy. Jimmy Blue, Jimmy Blue, Jimmy Blue. Jimmy Blue. Alter, das war Einstein, Mann. Der war schwarz, das war nicht Einstein. Dann hast du den schwarzen Einstein umgekickt, ey. Ich will mal einen Smart wieder haben. Was? Der... Okay, das war eins von denen aus, oder? Nee. Oder? Nee. Der Zug ist abgefangen. So, aber jetzt machen wir die Randale hier, ne? Kann ja nicht sein hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Zehn Minuten machen wir gar nicht mehr. Bullshit! Bullshit! Das ist nichts von deinem. Okay? Hey! Es ist ein kleines Akzent. Fuck you! Hey! So, ich bin hier in Kanada, huh? Was ist ein großer fucking Deal? Du fucking racist! Und bevor du fucking sagst! Nein! Ich bin nicht ein motherfucker! Dann war ich gut an! Was ist denn der aus, oder? Aber wie, ne? Ja! Vora, geile Uzi, ne? Mhm. Du kannst deine Spezialfähigkeit einschalten, ne? Du bist ja hier ja jetzt! Du bist ja hier! Oh Gott! So, mein Kollege. Ich bin hier an der Ecke. Du warst an der Ecke. Du bist das Tor. Du kommst weiter an der Straße. Wie gibt die hier? Wird denn mit mir dauern eine Ladung? Ja. Wir treffen die mal. Ich weiß nicht, wenn ich fast sie. Komm auf da! Ohne Probleme, dass ich hier durch. Das ist alles! Ich lasse mich an! Ja komm mal Ronetzer hier! Ich weiß nicht mal wieviel ich killen muss. Irgendwann 40. Wär jetzt realistisch. Ja, jetzt hörst du ja locker. Du hast ja auch deiner Spezialfähigkeit, ne? Ich hab ja schon andere. Ach so. Ja, Randalik hier. Ja! Hallo, bravo! Ich lasse die Vargas aus Business! So, und zacky, flotty. Wo sind die nächsten? Oh, Mengen. Rechts kommen einige, rechts kommen einige! Oh, wir haben ihn abgeführt gefühlt. Oh, hier! Wir sind immer noch so langsam, ne? Hier sieht es irgendwie leer aus. Ja! Rest in Peace, PMS! Ja! Ja, die haben wir eigentlich aufs Mal bekommen. Ja! Das sind schon wieder Randalik! Einmal Randalik geht noch, oder? Einmal geht noch, einmal geht noch! Einmal geht noch! Das war's nicht überhaupt, ne? Deswegen, wir sind schon bei 15 Minuten! Aber einmal Randalik, da wie genug! Da da da, da, da das Licht angelassen! Hallo, das Auto piepst! Hallo! Stärkerl ein! Asozialer Mistkerl! Warum beleidigst du das? Warum beleidigst du Jimmy? Weil Jimmy einer ist! Ich will das F-Wort nicht schon wieder sagen. Das ist aber jetzt Harbert gesagt. Nee, F-Wort. Verdammter Hurensohn. Ja, nee. Jetzt hat man das wieder überlegen, bitte. Ja, die Schule, das ist schon ein bisschen mehr bei uns. Ja, das lebe ich ja. Du musst ums Eck fangen, glaube ich, oder? Dann müssen wir wieder ein paar schwarze Abschlachten. Sind wir im schlechten Horde-Film? Ja, natürlich. Wer sind wir sonst? Ja, du bist. Nice piece, dog. Ey, ey, yo, yo, who the fuck is this motherfucker? Ey, was crackin' on me? What you doin' around here, man? Me? Ja, you motherfucker. You. What? I'm talkin' to you, motherfucker. Who else you think I'm talkin' to, homeboy? I'm getting bored of this. What? Es ist nicht legal, wenn du nicht verletzt. Ah, shit man! Fucker! Fucker! Was ist das? Da hier und hinter mir ist auch noch einer hier. Da, ganze Stimme. Alter. Alter! Puhle! Alter Mann! Haben wir ihnen noch was? Granaten! Wirf mal ein paar vor. Ja, würd's ja sagen hier. Guck mal, höchst du aus dem Maul hier! Oooooooh! Ich werde schon mal 8 weg in den Nass hier. Hier und der nächste. Jetzt komm 50, 50 schaffst du. Hinter mir sein, ne? Hinter. Alter, was war... Sie haben die Raketenwerfer? Nee, ich glaub... Doch! Ja, ja. Alter! Bist du behindert? Hör auf jetzt! Was war das? Warum hat der einen Raketenwerfer? Warum hab ich keinen Raketenwerfer? Der hat dich genutzt. Der hat dich genutzt. Warum haben die schwarzen Raketenwerfer? Der hat dich genutzt. Der hat dich genutzt. Der hat mir... Oh-oh. Oh-oh. Also, lieber viel schießen. Wo haben die den Raketenwerfer her? He-he-he-he. Alter! Hör auf damit! Ich hab keinen Plan, wo der mit dem Raketenwerfer hinbollert. Oh-oh-oh. Ich hab ihn gesehen. Da, hier. Friss mein... Friss meine Nüsse. Geländiger... Fucker. Ich hab Zeit. Hier. Komm. Komm. Hinter mir. Bis wieder einer kommt. Oh-oh. Da hat der den voll übermäht. Ja, aber voll ich kann noch nicht. Oben sind zwei. Nein, links oben. Ah. Ganz gerade oben auch. Warte. Hinter mir ist wieder... Hinter mir hab ich jemanden weißen an. Ich hab mich ummähen lassen. Oh-oh. 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 Hinten oben stehen welche. Warte. Da. Weiter hinten auch noch. Ich geh dir nicht an. Doch. Jetzt. Komm, 50. Schaffste. Oh-oh. 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 Komm, 2-1 auf. Jawoll. Wuh. Wir gehen aber so drauf. Hast du gesehen? Hallo? Ja. Boah, der brauchst nicht wegrennen. Kollege, du dich nimm mal nicht so mit. Der ist weg. Oh, schade. Ja gut, dann. Mit diesen wunderschönen Hochhäusern sagen wir... Töten. 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 Dann haben uns ein paar Mexikaner haben uns genervt. Töten. Und dann... Töten. Haben wir... Töten! Töten. 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 Vielen Dank.